Enttäuschung. Einfach nur pure Enttäuschung trage ich aktuell in mir. Es ist einfach nur, ja, ich bin auch echt sauer. Also, was soll man dazu sagen? Sandhausen, erstmal GG an Sandhausen, dass sie sich nicht aufgegeben haben und dass die bis zum Schluss gekämpft haben und sich den mehr als verdienten Punkt, es ist ja verdient der Punkt mindestens für Sandhausen. Die haben ein super Spiel gemacht. Und ja, also wie gesagt, Riesenrespekt an Sandhausen, dass die trotz ihrer aktuellen Situation, die sie haben, ja, die haben sich gefreut nach dem Ausgleich, wie als wenn sie die Meisterschaft gewonnen hätten. Und das zeigt doch, wie geil dieses Team eigentlich ist. Ja, 0 zu 0 zur Pause. Kiel ist kurz nach Wiederanpfiff in Führung gegangen. Hauke Wahl hat das 1 zu 0 oder 0 zu 1 erzielt und war vielleicht nicht ganz abzusehen, vor allem, weil Sandhausen auch ein starkes Spiel gemacht hat. Hinten raus gab es dann einen Elfmeter für Kiel. Und ich glaube, das Bild spricht für sich. Ich frage mich immer, warum muss man in die Mitte schießen? Das ist doch Verarschung des Torwarts. Und ich bin der Meinung, wenn ein Elfmeterschütze den Ball in die Mitte schießt, dann kann der auch keine Elfmeter schießen. Das ist meine Meinung. Dann hat er keine Eier irgendwie links oder rechts. Ja, es ist nur mal so, wie es ist. Und dass Evina dann wirklich mit dem Schlusspfiff quasi noch ausgleicht, was natürlich mehr als verdient ist, aber ganz, ganz bitter für die Kiel. Und ich bin einfach nur enttäuscht und sauer. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.